Hier unten rechts, schneller drehen, weil ich ja so langsam rede, bei dem runden Ding, bei hier unten irgendwo, ne? Ja, also, ein neuer Corona-Anschlag ist am Laufen, sozusagen. Die Welt der Irrtümer, der Vorteilen bringenden Irrtümer, ist jetzt dabei, unser Land endgültig zu ruinieren. Da kommen wir gleich zu und dann sozusagen, ja, ich schaue es mal kurz an hier. Also, sozusagen, unsere Tagesthemen in dieser Eilmeldung, also, der neue Corona-Anschlag ist voll am Laufen, ja? Und dann im Moment völlig verwirrend, was aber auch nicht schlimm ist, kommen wir gleich zu, die gesamte Situation mit den neuen Parteien, weil ich denke nicht, dass für mehr Platz sein wird, als für eine große neue Volkspartei, die sozusagen mitte-links-orientiert sein muss. Mehr wird sowieso kein Platz sein, ja? Und deswegen habe ich auch, ich habe gerade eben zwei Telefonate geführt, sodass, und da war man sich überall einig, dass man ganz vor der Bundestagswahl irgendwann die ganzen verschiedenen Parteien zusammenführen wird müssen. Und zwar, wir empfehlen ja jetzt den Slogan-Vorschlag hier, egal wie das dann am Ende aussieht, und sozusagen als Slogan, wir 2020, die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise-Links-Lastigkeit, und als Slogan, wir, also W-I-R großgeschrieben, verbessern die Politik der Grünen, der SPD und von CDU-FDP, keine Spur von der Linken, der Werte-Union und der AfD, Punkt, ja? Das heißt, das sind so die Grenzen, die man einziehen muss, weil wir in Deutschland in einer besonderen Situation leben, in der es verboten ist, mit sogenannten Rechten auch nur zu sprechen. Und daran müssen wir uns halten, sonst wird diese Partei getötet werden von der Öffentlichkeit, ja? Also das muss man sich nochmal ganz klar machen. Ja, also, nochmal hier die Tagesthemen. Wählt wir 2020, egal wie die dann am Ende aussieht. Ich habe gerade gesprochen mit einem Landesvorsitzenden der Partei Die Basis, oder Basisdemokratische Partei, und da sind wir so verblieben, dass dann eben die Reformvorschläge beim sogenannten Konsensieren sozusagen, ja unsere Reformvorschläge ja eine von den jeweiligen zur Abstimmung stehenden Vorschlagsalternativen sein könnten. Und dass man so eine Annäherung erreicht, dann habe ich mit einer Dame gesprochen, die vielleicht jetzt wahrscheinlich jetzt in Kürze zu auch zu einer Landesvorsitzenden von Wir2020, einer der beiden Wir2020 gewählt werden dürfte. und mit der treffen wir uns morgen hier vom Weltrat, von Next Scientists for Future. Und ja, also, und dann eben sehr wichtig, wir werden mal auch drauf zu sprechen kommen, auf Lösungen jetzt. Ich mache es vielleicht jetzt schon mal gleich, damit ich das hinter mir habe. Und wir kommen auch gleich auf den Corona-Anschlag, ja, bitte Geduld. Lösungen jetzt, da ist ein kleines Problem. Zum Beispiel so eine Aussage wie, Gehalt, sofort Gehalt von Pflegekräften 6.000 Euro im Monat mindestens, Mindestgehalt. Also Mindestlohn 6.000 Euro monatlich. Bedingungsloses Grundeinkommen mindestens 2.000 Euro. Jetzt spielt es gar keine Rolle, welche Theorie dahinter steckt bei Economy for Mankind, also für Wirtschaft für die Menschheit, Herrn Jörg Gastmann. Das ist bestimmt alles unheimlich gut gemeint. Wir selbst haben mit ihm 4 Stunden Talkshows gesendet und produziert, ja. Das ist alles bestimmt gut gemeint. Aber dieses Geld muss ja irgendwo herkommen, es sei denn, wir machen vorher eine totale Geldentwertung und dann ist 6.000 nichts mehr wert, ne. Sondern das Geld muss ja irgendwo herkommen und das wird von den Unternehmern kommen, aus dem Investitionskapital der Unternehmen kommen und das wird aus den gutverdienenden, hochqualifizierten Deutschlands kommen. Jetzt passiert dann Folgendes. Entweder man muss jetzt, um dieses Konzept unsersetzen zu können, müsste man jetzt sofort, bevor diese Reformkonzepte bekannt werden, um Deutschland herum eine Mauer bauen und die Reichen an der Flucht hindern und die, also quasi die Unternehmer und die Hochqualifizierten an der Flucht aus Deutschland hindern. Denn das werden die nicht mit sich machen lassen, weil sie im Ausland, sie können ja ihre Maschinen mit abtransportieren lassen und im Ausland in China und in den USA ihre Fabrik aufmachen. Dort werden sie überall und überall in der Welt werden sie mit Kusshand genommen. Dort entstehen dann die neuen Arbeitsplätze und hier entsteht die Massenarbeitslosigkeit und dann ist das Geld sofort gar nicht mehr da, mit dem ich diese 6.000 Euro für die Pflegekräfte bezahlen könnte und auch nicht das Geld für die 2.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen sind gar nicht mehr da, weil sie nicht mehr im Lande sind. Man müsste also jetzt eine Mauer bauen und dann mit Drohungen der Todesstrafe, die die Unternehmer zwingen, ihr Kapital aus dem Ausland zurückzuholen und in die deutsche Staatshand zu geben, sozusagen eine andere Chance sehe ich nicht. Und das ist zwar gut gemeint, aber es ist, glaube ich, nicht realisierbar. Das ist, denke ich, und ich denke, also auf jeden Fall hat Herr Gastmann mit Lösungen Jetzt und Ökonomie Mankind sozusagen zwei Videos finden sich auf der Startseite von wir2020partei.de, also entweder mit Bindestrich oder ohne Strich, also eines ist mit Bindestrich, eines ohne von den beiden. Das eine hat am Ende aber auf jeden Fall DE, die Homepage. Und da ist dieser Vorschlag, der am Ende auf 6.000 Euro mindestens für Pflegekräfte hinausläuft. Und mehr brauche ich gar nicht zu lösen, außer dass ich dann als naturwissenschaftlicher, volkswirtschaftlicher Denker ganz klar mich dann einem Herrn, dem berühmtesten Volkswirt Deutschlands, anschließen muss, nämlich Professor Hans-Werner Sinn, der also sagt, dann ist es das gewesen mit Deutschland. Die Reichen gehen alle weg, die werden mit Kusshand im Ausland genommen und alle Hochqualifizierten sind weg. Was ist der dahinterstehende vorteilbringende Irrtum, mit dem da sozusagen die Economy von Mankind infiziert sein dürfte? Es dürfte dieser vorteilbringende Irrtum hier sein, der sogenannten Sozialsparten, der ja unsere Welt infiziert hat und dafür gesorgt hat, dass wir eine Parallel, die größte Parallelgesellschaft ist, die der Abgehängten, der Ausgegrenzten, der auf dem Abstellgleis stehenden, die von den Sozialsparten erzeugt wurden mit dem vorteilbringenden Irrtümer, alle Menschen sind gleichermaßen Genies, jedes Neugeborene ist ein potenzielles Genie und dadurch hat das dann dazu geführt, dass wir in der Politik sozusagen es zugelassen haben, durch diesen vorteilbringenden Irrtum, zugelassen haben, dass unsere klugen Karrierefrauen mehrheitlich kinderlos geblieben sind oder zu großen Teilen kinderlos geblieben sind, wodurch denn der Intelligenzdurchschnitt Deutschlands drastisch abgefallen ist und denn, wenn alle neugeborenen Genies sind, dann dadurch bekommt man dann hier sehr viel Zustrom sozusagen vom Ausland und Inland, sehr viel Zustrom im Bereich der kleinen Gehirne sozusagen, durch diesen vorteilbringenden Irrtum und dadurch wird eigentlich die gesamte Gesellschaft verwandelt in eine Kundschaft der Sozialsparten, Arbeitsamt, Migrationshelfer, Asylhelfer, Sozialsparten aller Art sozusagen und es entsteht eine riesige Parallelgesellschaft der Abgehängten, der Ausgegrenzten, der Obdachlosen, der Arbeitslosen und so weiter und wir wollen das natürlich beenden, weil wir richtige soziale Politik machen wollen, wir wollen also diesen Zugriff, dass quasi jede Zunft, also ich lese mal vor, jede Sparte versucht nicht bewusst, also ohne bewusste Absicht, den Rest der Gesellschaft in Kundschaft zu verwandeln. Noch einmal, jede Sparte, also auch die Sozialsparte, versucht mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, ohne dass diese bewusst eingesetzt würden, versucht aber letztendlich doch, den Rest der Gesellschaft in Kundschaft zu verwandeln. Also die Sparte Innere Sicherheit versucht, den Rest der Gesellschaft in Kriminelle und damit in Kundschaft zu verwandeln. Durch einerseits nicht richtig helfen und durch Verwöhnung. Verwöhnung heißt durch milde Strafen zum Beispiel in dem Falle, durch Gefängnisse, die als Hotels fungieren und die also keinen Straftäter von der Wiederholungstat mehr abhalten können. Weder kriegen die Leute eine Hilfe in ein richtiges neues Leben, in ein kriminalitätsfreies Leben, Also jede Sparte, also die Sparte Innere Sicherheit, versucht den Rest der Gesellschaft durch nichtbewusste, vorteilbringende Irrtümer in kriminelle Nenner zu verwandeln. Die Sparte Gesundheit versucht, den Rest der Gesellschaft nichtbewusst durch vorteilbringende Irrtümer in Kundschaft zu verwandeln, in kranke Kundschaft zu verwandeln. Das erleben wir gerade bei Corona. Dann versucht jede Sparte, also die Sozialsparte, versucht die ganze Gesellschaft durch ihre vorteilbringenden Irrtümer in sozial scheiternde, verwahrloste Kundschaft zu verwandeln. Also in die Parallelgesellschaft der Abgehängten und Ausgegrenzten und der Menschen auf dem Abstellgleis. Ja, denn nur dann können die die maximale Karriere machen. Ja, und so hat jede Sparte der Gesellschaft sozusagen nagt durch die vorteilbringenden Irrtümer an der Gesellschaft und das müssen wir endlich stoppen. Wir müssen mit positiven Anreizen dafür sorgen, dass jede Sparte der Gesamtgesellschaft dient und dass jede Sparte dafür sorgt, dass wir null Arbeitslosigkeit bekommen, null Kriminalität bekommen, null, möglichst nah null natürlich, immer nur, null sozial Schwache, null Ausgegrenzte, null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit und null Krankheit und so weiter. Und dafür müssen wir aber gezielt belohnen, denn sonst ist es so, dass Deutschland und Europa restlos zerstört werden, weil jede Sparte auf den Rest, den jeweiligen Rest der Gesellschaft total zerstörerisch wirkt. und jede Sparte, also auch sozusagen unsere Milliardärs und Politik- und Journalistikkönige sozusagen auch deren Lebens und das ihrer Familien zerstört, denn jede Sparte nagt an unserem Glück und an unserem Wohlstand und hat es schon weitgehend zerstört. Deutschland ist schon weitestgehend degeneriert und zum Beispiel hier sind so einige der möglichen positiven Anreizmodelle Steuerungselemente zum Beispiel Wohlfühl, Noten, Wahlstimme, Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand und so weiter. Können Sie ja alles mal lesen, Sicherheitsstimme und so weiter. Das sind mögliche diskutierbare Steuer- und Abgabenleistungen, Steuerungselemente, anhand derer wir sozusagen die positiven Anreize aufhängen können und dann etwas Positives erreichen können. Ja, jetzt mal ganz kurz zu Schweden. Genau, der neue Corona-Anschlag, Schweden und Krankenhäuser. Durch die vorteilbringenden Irrtümer, die ja alle im Kopf haben, ich gehe jetzt wieder auf unser Tagesbild, sonst erkennt er das nicht. Heute ist nämlich die Eilmeldung angesagt. So, da bleiben wir jetzt mal. Also, Schweden und Krankenhäuser. Ich fange mit den Krankenhäusern an. Die vorteilbringenden Irrtümer sind jetzt so weit gediehen, dass man die überzogene Massentesterei auch auf alle Krankenhäuser ausweiten wird. Und dort wird man automatisch und zwangsläufig viele Testpositive finden. Die schickt man dann nach Hause, weil sie ja vermeintlich die Patienten infizieren könnten. Dadurch kommt es zu einem drastischen Mangel an Pflegekräften. Und die Zahl der tatsächlich zur Verfügung den Pflegeintensivbetten, die bisher so mit 20.000 bis 30.000 angegeben wurde, als Reserve vorhanden wäre, würde sich dann dadurch mangels Pflegekräfte wahrscheinlich drastisch reduzieren, vielleicht auf einige wenige tausend Betten, die noch übrig bleiben. Und die sind dann durch jede normale kräftige Grippe ja sowieso sehr schnell belegbar, besonders wenn die Ärzte bei jeder Kleinigkeit die Betten leichtfertig belegen, weil es ja auch viel Geld bringt für das Krankenhaus. Dann wird es dazu kommen, dass die Politik sagen wird, seht ihr, wir haben es doch gewusst, dass wir auf jeden Fall auf einen Engpass bei der Krankenversorgung hinzulaufen und dass in Wirklichkeit die vorteilbringenden Irrtümer, nämlich dass Corona ein Killer-Virus sei, dieser vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, dass der in Wirklichkeit die einzige Ursache für diesen Engpass ist, das wird man nicht verstehen, sondern wird sagen, nein, die Schuld für den Engpass trägt das Virus und nicht unser Umgang mit dem Virus. In Wirklichkeit ist es so, dass die Ursache für alle Missstände der Umgang mit dem Virus sein wird, aber man wird es dem Virus, das kann sich ja auch schlecht wehren, in die Schuhe schieben und wird sagen, ja, wir haben es doch gewusst, weil das Virus so ungeheuer groß ist, also weil wir dieser vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum sozusagen Realität gewesen sei, haben wir alles richtig gemacht und dann bitte wählt uns zum Kanzler, so wird das am Ende die Logik sein. Also das ist der Anschlag, der neue Corona-Anschlag und da gibt es jetzt noch einen zweiten Anschlag, den wir aber schon öfters in ähnlicher Form hatten, Es wird wieder so getan, als ob die Schweden doch angeblich voll verantwortungsbewusst die Empfehlungen der Regierung umgesetzt hätten. In Wirklichkeit haben faktisch die Zeugen, die man hören konnte im Internetfernsehen, zugegeben, dass in Schweden alle Vorschläge der Regierung ignoriert würden. Man lebt in Schweden völlig normal, keine Masken, kein Abstand, Party wird gefallenen, und so weiter. Völlig normal, denn der Trick dabei ist so, auch wieder ohne böse Absichten, ohne böse Planung, wenn man nämlich Schweden unterstellt, dass dort alle Leute eigenverantwortlich Maßnahmen vollzogen hätten, dann erscheinen nämlich die Sterbezahlen von Schweden relativ zu hoch. Schwedens Zahlen sind nur deswegen vernünftig gering mit den 6000 Toten, angeblichen Corona-Toten, wenn man von einem Nicht-Lockdown und Nicht-Maßnahmen ausgibt, nämlich dann ist es entsprechend diese Todeszahlen nämlich einem durchschnittlichen Grippewinter. Ja? Aber wenn man den Schweden ja unterstellt, sie hätten jetzt päpstlicher als der Papst die Maßnahmen eingehalten, ich kriege ja auf der Straße in Köln mit, dass sich sowieso kaum jemand an irgendwas hält, sozusagen an Abstandsregeln schon gar nicht und so weiter, dann sozusagen ist letztendlich klar, dass das der zweite Anschlag ist, nämlich wenn man Schweden in diesem Sinne schlecht macht, dann erscheint man ja wieder als positiv. So, jetzt geht es mal weiter hier damit. Also, ich hoffe, dass, wie gesagt, sich das alles so entwickeln wird, dass diese vielen Parteien rund um das Um-Wir-2020, dass das am Ende zu einer großen Partei führen wird, um die, wo dann möglichst viele Prominente aus der Liga Bodo Schiffmann, Dr. Woda, Professor Bakhti, Dr. Köhnlein, Professor Homburg und so weiter, dass da diese ganze Prominenz dann dazu führen wird, dass es dann von den 56%, die die Reformen der Next Scientists for Future als Potenzial haben, dass dann 20% davon bei der Bundestagswahl realisiert werden können und dann die CDU gezwungen sein wird, mit der neuen Wir-2020 Variante koalieren zu müssen und dann können wir die Reformen durchsetzen sozusagen. Und weil ja auch die Politiker begeistert sein werden von den Reformen als Menschen, als Machtträger, müssen wir sie dann, müssen wir gucken, was wir ihnen geben müssen, damit sie ihre Macht reduzieren, die Reduzierung ihrer Macht zulassen, sozusagen. Wir müssen sie dann reich beschenken wahrscheinlich, damit sie dem überhaupt zustimmen, aber sie als Menschen, der Politiker als Mensch wird von den Reformen begeistert sein. Ja, und jetzt nochmal schnell vorlesen hier, weil ich habe es heute sehr eilig. Also, wir empfehlen wir 2020 eine Selbstdefinition als Partei der Mitte mit ein wenig Linkslastigkeit, habe ich aber schon vorgelesen. Vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten Grenzen auf, wir haben Platz, die glauben das wirklich. Also, das ist keine Verschwörung, die da läuft, die glauben das wirklich, weil sie glauben, dass jeder Mensch ein Genie ist und dann ist es doch okay, wenn unsere Karrierefrauen gar keine Kinder mehr bekommen und es ist völlig egal, wo die Kinder herkommen, Hauptsache sie kommen her, weil sie ja alle Genies sind und arbeiten mit. Wenn es aber so wäre, dass die, die zu uns kommen, lauter sehr kleine Gehirne haben und wir dadurch noch viel dümmer werden im Bevölkerungsdurchschnitt, dann wäre es der Todesstoß für Deutschland. Aber auf jeden Fall führt dieser vorteilbringende Irrtum ja dann zu Massen eventuell von sozial schwachen, die alle der Hilfe der Sozialsparte brauchen und dadurch kommt es zu einer maximalen Kundenanzahl für die verschiedenen Sozialsparten ja und dadurch profitiert dann diese Sozialsparte einfach nur durch den Irrtum alle Menschen sind Genies und alle Neugeborenen sind Genies alle Kinder sind Genies und daraus machen wir dann Genies durch Bildung ja und durch diesen Aberglauben diesen antinaturwissenschaftlichen Aberglauben der Sozialsparten führt es kommt es zu einer maximalen Kundenbeschaffung und Kundenherstellung durch diese Sparte und am Ende bricht die ganze Gesellschaft zusammen weil es am Ende nur noch die Sozialsparte gibt und die Gesundheitssparte und nur noch kranke und sozial schwache Leute gibt und niemanden mehr sonst und dann bricht der ganze Staat zusammen und dann ist das römische Reich kaputt an seiner Dekadenz kaputt gegangen ja Massen an Kundschaft erzeugen solche vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und das wäre das Todesurteil für Deutschland das ist dann Deutschland am Ende ja weiter geht's Massen Verelendung ist also quasi das nicht bewusste Ziel der Sozialsparten ja also Parallelgesellschaften also Parallelgesellschaften der Ausgegrenzten der Abgehängten und der der Verwahrlosten ja und um die kümmert sich dann rührend die Sozialsparten und machen Karriere angesichts dessen und so zerstört man eine gesamte Gesellschaft das ist die Dekadenz eines untergehenden Reiches sozusagen ja und wie gesagt durch positive Anreize können wir die Sozialsparten gesund schrumpfen lassen und sie in den Dienst der Gesellschaft zwingen sozusagen durch diese positiven Anreize werden die Sorgen für null Arbeitslosigkeit für null Obdachlosigkeit für null Krankheit für null ja alles null sozusagen denn denn bis jetzt ist es ja so dass wir so viel Kranke und so viel Obdachlose und so viel Arbeitslose nur aus einem Grund haben weil die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und der Medizinsparte uns alle verwirrt haben und uns alle falsche Politik haben machen lassen also auch die Politik in die Irre geführt haben die Lobbyisten der Sozialsparten haben die Politik in die Irre geführt und zu einer unsozialen Politik veranlasst die am Ende Beispiel Windestlohn und Tariflöhne zu Massenarbeitslosigkeiten führen und damit für Dauerkundschaft sorgen für die Sozialsparten ja Massenverelendung Vorteil nur für die Sozialsparten also das ist Pseudolinks das ist Pseudosozial also die Sozialsparten selber sind Pseudolinks und Pseudosozial die sind in Wirklichkeit Antisozial nämlich rein egoistisch wirkend die sozialen und medizinischen Sparten richtigen richten riesigen Schaden an und tun so weil sie im Irrtum sind als wären sie Linke faktisch sind sie aber Pseudolinke bei großer Umverteilung können die Unternehmer nicht mehr genug investieren und gehen pleite und dadurch stützen wir das ganze Land in Massenarbeitslosigkeit ja was ja für die bisherigen Sozialsparten bei ihren jetzigen Fehlanreiz Situationen dann ein riesiger Gewinn ist denn es gibt wir haben dann bekommen eine neue riesige Massenarbeitslosigkeit ja Parallelgesellschaft ausbauen Doppelpunkt kauft keine französischen Produkte nur die türkischen also der auch der türkische Präsident hat ja einen Großangriff auf Frankreich gemacht er will ja jetzt die Parallelgesellschaft ohne böse Absicht ich glaube er glaubt auch nur an irgendwelche Irrtümer aber es läuft am Ende hinaus dass er die türkische Parallelgesellschaft in Frankreich sozusagen das Regiment übernehmen lassen möchte mal so langsam und das heißt dass er indem er sagt und die türkische Bevölkerung aufruft in ganz Europa kauft keine französischen Produkte irgendwann wird er aufrufen kauft keine deutschen Produkte dann wird sondern nur die türkischen und dann wird quasi die Parallelgesellschaft der Türken in Europa gefestigt werden und immer größer werden ja sozusagen und die die Sozialsparten die Vorteile ja also auch das wird wieder die Verparallelgesellschaftlichung der Gesellschaft ich habe ja gesagt wir haben einmal die große Parallelgesellschaft der Abgehängten der an denen sich sozusagen die die Sozialsparten bereichern sozusagen und jetzt bauen wir auch noch die verschiedenen Migrations Parallelgesellschaften aus auf diesem Wege und die Sozialsparten die Vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten führten auch zur Kinderlosigkeit der Karriere Frauen das habe ich eben schon erläutert die Sozialsparten und ihre Vorteilbringenden Irrtümer müssen wir verstehen als vielleicht den größten Schädiger unserer Gesellschaft ja wir wollen einen Sozialstaat Sozialstaat ist gut aber nur wenn das Personal mit positiven Anreizen in den Dienst der Gesellschaft gestellt wird und nicht ein Eigenleben entfaltet auf Kosten der Gesellschaft und gegen die Gesellschaft also leider ist es so dass jede Sparte der Gesellschaft bisher schädigend nagt an der Restgesellschaft und darunter leiden wir alle auch unsere Milliardärskönige ja und dieser neue Vorteilbringende Irrtum heißt eben bei Corona Personal muss getestet werden das ist der Vorteilbringende Irrtum und in Wirklichkeit wird es dadurch runter getestet man testet quasi alles Pflegepersonal der Intensivbetten raus aus den Krankenhäusern und erzeugt einen künstlichen Ängstpass künstlicher Personalmangel wird erzeugt so die Zahl der Intensivbetten drastisch reduziert so eine Notlage künstlich erzeugt und das Ganze wird eben nicht dem falschen Umgehen mit Corona in die Schuhe geschoben sondern dem Coronavirus selber schuldhaft angelastet und dann sind alle Beteiligten fein raus man hat ja einen Schuldigen gefunden die Parteilösung jetzt ich habe das geschildert 6.000 Euro für Pflegekräfte bei viel weniger Arbeitsbelastung mindestens 2.000 Euro Grundeinkommen das habe ich so aus dieser Homepage das ja das wäre also dann der Total Ruin Deutschlands und das ist diese das ist offensichtlich befreundet mit der Partei wir2020.de also nicht mit EU sondern wir2020 habe ich zwei Sendungen dann auf der Startseite gefunden und auch nur diese Partei hat neue Vorstandsposten zu vergeben während die EU Partei vom Vorstand her wohl vollständig besetzt ist also war auch meine Bitte an die verschiedenen Personen sich doch um diese vakanten Vorstandspositionen zu bemühen wahrscheinlich in die falsche Richtung gehen weil diese wir2020.de sozusagen vielleicht sowieso schon irrelevant ist und wie gesagt wir diskutieren sehr gerne mit wir2020 und Ökonomie von Mankind wir haben ja schon zwei Sendungen gemacht aber wir diskutieren natürlich in dem Tenor dass wir gerne aufzeigen möchten warum diese Reformkonzepte von Lösungen Punkt Jetzt und Ökonomie von Männkeit also Wirtschaft für die Menschheit in Wirklichkeit zum Todesstoß für Deutschland werden würden Ja Ja Ich habe jetzt wenig Zeit weil wie gesagt jetzt endlich läuft es so richtig an Ich werde nicht mehr so viel Zeit für diese Sendungen hier haben und deswegen werden die etwas kürzer kürzer werden müssen Tschüssi bis bald wird